Nein, sind es immerhin schon 6 Punkte. Oh Mann, wie so ein dicker Echtiger wäre. Guck mal her. Oh, da bist du da. Das war jetzt schlecht. Einfach verprügelt. Ich weiß, ich mach wieder Bugs-Fashen. Aber das war jetzt für mich. Ich hatte keine Ausdauer. Ja, ich lass Ausdauer. Diese Bilder sich auch voll wie auf die Karte. Ah, die sind auch noch näher. Ja, ich muss das. Ich kann diese Super Glofe. Okay, ich muss es halten. Hier hast du gar keinen Bock, schockt die da, ne? Aber wir sind da voll. Acht Punkte. Gib ihm. Ich will hier raus. Ja, komm. Ey, was habt ihr noch gekriegt? Gemeinheit. Fein weg, komm her. Ja, gib mir mal ein Bummeltörtchen. Wie geil ist das denn? Äh, um zu erklären, warum ich auch immer entpört bin. Mein Haustier, weil wenn Ding, das heißt Bummel. Dann wollen wir mal. Wir sprinten! Wie die Weltmeister. Weil hier ist ja kein Gegner. Ja, nie nicht. Never, ever. Oder so ähnlich. Wie die Tatsache? Boxenmedaille. Wunderschön. Es ist so bald. Das ist so bald. Für uns ein geliebtes Justlan. Wie halt sein Liebster. Casanova. Hi. Äh, Kade? Kade sagt geradeaus. Ja, ob die Erlöserin uns verretten wird. Ja, das glaubt ihr, was ich hier mache. Däumchen drehen. Meine Füße spielen. Nicht ganz. Sie sind so bald. Was? So. Für den Prüfungen des Experimenten, ich verabschiede mich die Potenzierung, in der Fall von Sides-Effekten. Es wird nur ein paar Sekunden um eine mehr konzentriertete und potente Version. Ich bin froh, dass ich dich warte. Ich bin froh, dass ich dich warte. Ich bin froh, dass ich mich erwarte, Miracle Nektar. Ich bin froh, ich bin froh. Oh, ich bin froh. Oh, ich bin froh. Ich bin froh, dass ich dich aus der Kursen und dich in der Falle bereit bin, um alle Foe zu treffen. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Du sagst, dass die erste Version zu tun war. Aber es hat nichts gemacht. Ich verkeh, dass du eine leih-personen bist und die Dinge ausgesprochen haben. Auf dieser Stelle, ich habe mich an das Ziel der Forschung. Jetzt, ich habe die Ergebnisse. Insofern, du versuchst es. Insofern, du versuchst es. Ich bin froh, dass du es in der Falle oder mehr negativen Zustände. Ja, der wäre eh mit dem Kampf gegen das Viechblut gewesen. Oh, Missfragenzeichen. Die gehen noch nicht. Ja. Gut, dann wollen wir jetzt mal zum Bahnhof. Da können wir jetzt hier links rum. Jetzt brauche ich nochmal ganz kurz Orientierung. Anderes links. Hier rum. Achja. Hm, der Forcy Pandemonium. den haben wir auch noch gar nicht getroffen. Den haben wir auch noch gar nicht getroffen, ha? Den haben wir dann mal so einen. Ach so. Und falls die Frage aufkommen sollte. Ähm. Wo zur Hölle muss ich da nochmal hin? Ah, ich glaube ich muss da hinten bei... Dings runterspringen. Ja. Ja. Banky of the Lord. Das ist sowas von auch mit dem Bild vom Snow. Das ist so... Egal. Egal. Snow. Olle Tröte. Da kommen wir auch von jeder hin. Ja. Wer der jungen Anhänger. Ich hoffe das hat sich jetzt gelohnt. Zwei Punkte nur? What the fuck? Warum? Ach stimmt. Sechs. Obwohl. Hä? Bin ich denn so blöd? Das sind noch neun. Oder nicht? Ach egal. Kampfkaniton. Doch. Richtig. Äh. Wie hieß das Item jetzt nochmal? Medaillon Anhänger. Steigert die Anzahl physischer Kombo Endmanöver. Senkt jedoch massiv die maximalen TP. Und das lohnt sich? Ich denke nicht. Egal. Wir haben das Item. Das ist alles was zählt. Also. Was machen wir jetzt? Ja. Mach du mal. So. Irgendwo steht die Telefonnummer hinter. Einer hinter. In einem Plakat. Aber ich habe keine Ahnung. Hinter welchem. Gut. Dann fahren wir halt mit dem Zug. Und dann laufen wir noch einmal quer durch Luxirion. Weil das so Spaß macht. Und das alles nur weil ich kann man sie kann. Hallo. Dann hören wir mal. Wir sehen uns in den Helllanden wieder. Tschöööööööööööööööööööööööö någon und rühaktisch! Also, bis gleich! Oder so. Tschööööööööööööööööööööööööööö. Da ich einfach mal neugierig war wollte ich mal was testen. Ja, das hatten wir schon. Aber... Sie hätte doch... Das ist neu, oder? Ja, das hatten wir schon. Und dann werden wir ihre Gefühle und Gefühle mit der Heiligen Licht von Gott entfernen. Und sie raus, als ob sie nie waren. Das ist so, dass deine Lichter sie zu retten. Ich weiß, ich weiß, aber... Aber wenn ich nichts mache... Dann werden sie alle sterben in der Chaos, für immer. Und du? Was wird dir passieren, nachdem die Ceremonie zerstört dich? Ich versuche, wie die resten des Todes. Meine Existenz, weg von allen Erinnerungen. Es scheint richtig zu sein. Also, das ist es? Als Fang und ich 13 Jahre alt waren, waren wir in eine sterbe Welt. Seitdem, haben wir die Destruction geschehen, und die Ende weitergekommen. Keine Ahnung kann das wiederholen. Also, lasse ich ihre Gefühle. Das ist alles, was ich jetzt tun kann. Ich werde die Gefühle in diesem Welt, und du kannst du eine neue Welt machen. Das fand ich jetzt interessant, dass sie sich einfach abgewandt hat und weggegangen ist. Das war echt nicht schlecht gemacht. Naja, wir sehen uns gleich wieder in den Wildlanden. Und dann sag ich auch was dazu. So, da sind wir wieder. Und irgendwo freut sie auch schon, unser Vogel, dass wir da sind. Ähm, haben wir hier irgendwas, was wir abgeben können? Oh, Tatsache. Und wir haben neue Missionen. Ähm, die müssen wir noch sammeln. Gemüsesamen haben wir jetzt auch genug, anscheinend. Ähm. Okay. Schokofresser. Noch vier. Wunderdünger. Die können wir abgeben. Verbesserte Fallen. Ja. Können wir auch abgeben. Ähm. Ähm. Dieser Kraut haben wir auch. Ähm. Hier fehlen uns wieder diese Schokoborchen Doppelpack. Davon haben wir genug. Das ist schön. Notfallpatient. Gisaline. Ähm. Ja. Irgendjemand muss, äh. Oder macht das Gisaline, aber ich weiß grad nicht wer. Ja. So. Neue Aufträge. Ja. Edler Tropfen. Äh. Schneckennektar. Fehlt uns noch 10. Ja. Gebet an die Göttin. Das haben wir. Seasflügel und Bermoswappen. Okay. Gisalkraut 3. Tantelgemüse 2. Und. Das andere Kraut auch ein. Ja. Wir rennen eh die ganze Karte einmal ab. Daher. Hi. Chantalle. Hat du gebeten? Mich vermischt. Ich hoffe doch. So. Dann. Äh. Gehen wir nicht mal einmal durch. Da sind noch welche. Hier. Da. Gut. Das dürfte nicht so mal blinken. Ne. Nebenmissionen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja. Das ist klar. Das ist schon. Ne. Haben. Engelstränen haben wir aktualisiert und gegengelernt. Äh. Ein alter Freund haben wir fortgeführt. Vergessene Sünden können wir erst machen, wenn wir ein alter Freund abgeschlossen haben. Von den Hauchlessionen haben wir die Heilige Klavis verkackt. Haben wir gut gemacht. Ja. 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 Ähm. Aber unser maximales Leben sieht toll aus. Da fällt mir ein. Da fällt mir ein. Ich wollte mir jetzt hier, äh. Ja. 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 Und. Tja. oshima. Ja. Ja. So.